Wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Was sieht man von einer Baustelle? Baustellen. Baustellen sind manchmal ganz große Themen, zum Beispiel es soll was wachsen, es soll was geschehen, es soll was gebaut werden, es soll ein Fundament gemacht werden und es soll was in die Höhe kommen. Also es soll etwas fertig werden. Das sind Baustellen. Kein Mensch im Leben wird fertig geboren. Das ist einfach ein Thema, das muss man für sich mal klar machen und anerkennen. Bei mir ist es so in der Praxis als Astrologe und bei so vital, also das heißt, kommen Menschen und haben in eine Krise und erkennen diese Krise gar nicht als Chance, sondern als Möglichkeit für Wachstum, für Aufbau, für Konstruktivität, für Weiterentwicklung und vor allen Dingen für wirkliches Arbeiten, an sich selbst Arbeiten. Also was macht eine Baustelle mit mir? Eine Baustelle ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich eben schon betont habe. Und hat nicht jeder seine Baustellen, hat nicht jeder seine Möglichkeiten, aus wie er was konstruieren muss. Dazu gibt es Möglichkeiten, das erstmal zu erfassen. Was will ich denn überhaupt? Und was bringe ich denn eigentlich für ein inneres Gebäude mit, welches ich aufbauen und schaffen will? Und innere Gebäude, das ist unser Körper, das ist unser Geist, das ist unser Verstand, das sind unsere Tatkraft, das sind unsere Dehnen. Unser ganzer Körper ist im Grunde genommen ein Gebäude, mit dem ich herumlaufen kann, mal so gesehen. Es ist kein standhaftes Gebäude, sondern es ist ein flexibles Gebäude. Und dieses Gebäude, oder Gebilde, möchte ich es nennen, ist formbar, machbar. Man kann etwas damit tun. Bei mir in der Beratung ist es oft so, viele Frauen kommen rein und sagen, welcher Mann will mich denn in Anführungsstrichen eigentlich noch haben? Ich habe so viele Baustellen. Ich habe die Baustellen mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Kindern. Oder ich habe sogar Angst, Kinder zu bekommen, weil ich meine Baustellen nicht bewältigt habe. Das sind fatale Entscheidungen, fatale, wichtige Dinge. Und die gehören angefasst. Das heißt, man muss seinen Bauplan erstmal erkennen. Ich habe mir mal das Ziel gesetzt, so etwas zu lernen. Ich bin für mich dafür, auf die Astrologie gekommen. Für mich ist es das wichtige Instrument, weil ich ein Horoskop lesen kann, weil ich die Ausbildung gemacht habe, weil ich das alles gemacht habe. Und ich erlaube mir einfach mal zu sagen, ich kenne deinen Bauplan. Also deinen Bauplan, welches Gebäude da entstehen will. Weil jeder Bauplan ist individuell. Und das hängt von unserem Geburtstag, unserer Geburtzeit und unserem Geburtort ab, mit dem, was wir da zu tun haben. Also womit habe ich es hier eigentlich zu tun? Das kann man da rausfilmen. Ich möchte einfach mal aufmerksam machen, dass eine Baustelle etwas Tolles gemacht werden kann. Dort hinten haben wir ein Gebäude. Das stand vor einem Jahr noch gar nichts. Das stand eine alte Hütte. Das hat man abgerissen und ein tolles neues Gebäude gebaut, wo heute wunderbar drin gewohnt werden kann. Da wird drin gelebt, gewohnt und gearbeitet. In der heutigen Zeit. Nehm an und steht wieder ein. Es geht hoch hinaus. Es geht weiter hinaus. Es geht weiter. Hier vorne liegen die Baumaterialien. Das ist kein Schutt. Das sind Baumaterialien. Mit diesen Baumaterialien kann man es tun. Und nimm deine Materialien mal einfach an. Das sind deine Qualitäten, deine Potenziale, deine Stärken, deine Schwächen, deine Emotionalität. All das gehört dazu. Deine Menschlichkeit, deine Zwischenmenschlichkeit, deine Freundlichkeit, dein Glücksempfinden. Dein Ärger, dein Frust, deine Wut. Und auch die Erkenntnis, dass eine Baustelle, was ist? Eine Chance. Eine Riesenchance. Und diese Baustelle sollte man mal für sich angehen und sagen, ich mache was daraus. Ich baue mir was daraus. Ich bilde mir was daraus. Ich bilde mir nichts ein, sondern ich bilde etwas. Ich bilde mich auch durch Bildung, durch Wissen. Das gehört auch dazu. Also um ein solches Gebäude zu bauen, ist nicht nur muskelkraft tätig, sondern auch Wissen ist dafür notwendig. Also Wissen über sich selbst. Dieses Video ist hier spontan entstanden. Ich bin hier vorbeigefahren und habe mir gedacht, die meisten Leute haben so viele Baustellen und ich möchte das mal deutlich machen, was es eigentlich bedeutet und was man damit tun kann. In diesem Sinne möchte ich einfach mal sagen, nimm deine Seele vital an, soul vital, habe ich es genannt, oder haben wir es genannt. Es ist einfach so entstanden aus dem Lameng heraus, weil es einfach toll war. Und so machen wir es. Also mach was aus deinem Leben, tu was aus deinem Leben, nimm deine Baustellen an und ergründe sie. Und auch wenn sie schon jahrelang da sind, man kann da was mit tun. Man kann da was mit machen. Man kann zum Beispiel auch alte Gebäude abreißen, um was Neues errichten zu können. Und das ist manchmal sehr, sehr wichtig. Das ist übrigens die Konstellation Mars-Neptun. Das kann man sehr schön im Horoskop erkennen. Oder Mars-Pluto. Dann geht es darum, ans Eingemachte im Sinne von, man hat eher hier Ärger, da Ärger, da Ärger mit Institutionen, mit wem auch immer, mit Personen, mit Partnern. Das sind im Grunde genommen Wegweise, die sagen, du pass mal auf, wir wollen hier was Neues bauen, nimm das mal für dich an. Ach, so, ich bin froh, dass ich dieses Video heute noch machen konnte und ihr diese schöne Baustelle gefunden habe und hoffe dir, dass du deine Baustelle annimmst. In dem Sinne möchte ich schließen und teile das Video. Den Rest kennt sie. Also das heißt, kennt ihr mit teilen und abonnieren und so weiter und Kommentare schreiben. Macht das ihr auch und wir sehen bis zum nächsten Mal und bis dann. Dankeschön.